Just know, I will be here for you, if you ever... Und? Das sieht nicht gut aus. Oh oh. Und? Rück schon raus mit der Strahle. Ja. Ja. Okay. 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 Der Schuss ging nach hinten los. Hm? Ja. Eben genau. Ja. 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 Jahrhundert. Ich weiß nicht meine Leute, die... Menschen, die sitzen dort 소 preparedness. Ich will dir helfen. Alter, zieht sich die erste Episode. I have every faith in them. And you, my lord. Jo. Bolton men approach him, my lord. Na toll. Something wrong with your gate? Well, aren't you the little lord? No wonder, you can't open the gate. Shall we help you? Now let me in. This is a lovely pile of timber, isn't it? You're welcome inside. But your men are not. Did you hear that, man? The lord of the house says, huck off. I think he's afraid of you. Ah. Wait here. For now. Hey, du auch nicht. Fettsack. A token. For the new warden of the north. Let me guess. Forrester Iron. Carved by our most skilled craftsmen. Ironwood. Doesn't look like much. Don't know what's so special about it. Hmm. Not bad. Lord Whitehill. Can your lot do this? Given enough time, we could learn- Given enough time, you could do a great many things. But not this, apparently. Hmm. Quite the army you have. Lord Forrester. Very impressive. Oh, man. Na, Soldaten haben wir jetzt nicht wirklich welche. Das muss ich zugeben. Leider Gottes. Gut. Götter, steh' uns bei. Der Fettsack kommt mit. Yo. So, was geht? Fettig. Fassig. Nichts gibt's. Nothing. We'll see. First, let's see you bend the knee to my father. Lord Bolton, Warden of the North. Words are wind. Anyone can say they're loyal. I only kneel to the King. Is not the Warden also deserving of your respect? But then, I am not my father. Perhaps that is what you meant to say. You see? A fucking traitor, just like his father and brother. Here's the thing. I don't care about your loyalty. The crown, however, wants what you've got. Whatever you've been supplying the Starks for centuries. Ships, shields, chamber pots. I expect you'll do the same for us. My father has promised as much to the King. You wouldn't want to make him a liar, would you? That wouldn't reflect well on me. You needn't worry. Your father will have what he needs. That's a good little lord. You can't trust her, Forrester. They murdered our men. It was her Forrester, Squire, who did it. One Whitehill soldier dead. One Bolton. Yet your man lived. No, you're mistaken. That's not how it happened. Our men are dead. How it happened is irrelevant. You had me stand out in the wind and muck. So you could show off your pathetic little army. That sort of insolence from one of our loyal Bannermen will not do. Okay, that's a bit better. So I come up with a solution that will benefit everyone. The Whitehills will be taking control of your Ironwood from this day forward. What? The Ironwood? But... That is our livelihood. Then you'd better well find another fucking job. You can't do that. Why not? You know something the Whitehills don't? We are talking about trees. You grow them. You cut them down. The Whitehills had Ironwood. Once. But now those hills are bare. Hence the name. Of course. They know nothing of how to cultivate the forest. Look at their sigil, Malort. A barren hill. Do you want Ironwood for the next five years? Or the next 50 generations? The little lord does have a point. We'll try this. Lord Whitehills will take half of your Ironwood. And we'll see who fares better. But my lord. Half of something is better than the nothing you had before. To ensure there's no trouble. Lord Whitehills will install a garrison of... 20 men within your walls. At Ironwrath. That we cannot abide. Ethan. They'll... Help maintain the kings peace. And make sure there's no more trouble. Whitehill men? Never. It's already done. there's no more trouble. Damn. What the hell is going on. Shit. You have no good. The whitehills have no place here. Ladies? You made this visit worthwhile. Please, Duncan. Don't. 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 Schau mal an das, kleine Forrester. Du bist nicht... erschüttert, oder? Herr Ramsey, bitte. Und du? Du bist Herr Ethan's älterin? Ich bin seine Brüder, mein Herr. Ah, Brüder. Wie die König und seine Brüder. Na ja, hoffentlich nicht nur wie die König und seine Brüder. Haha. Ich hatte nie eine Freundin. Ich wollte immer eine. Enough, Lord Snoop. Ich habe eine Idee. Du kommst mit mir. Du kannst meine Highborn Warden sein. Lord Ramsey, das ist genug. Du magst hunting? Lass sie gehen. Nein. Sie ist ziemlich schön, deine Freundin. Wir gehen sehr gut. Nein. Ich dachte, du kannst bleiben. Alter. Nichts. Nichts! Nichts! Ich will nicht einen bolden Lord. Nein! 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 Ethan? Mein Sohn! Ethan hat sich für uns alle He saved Talia's life He'll be remembered as Ethan the Brave This house needs a leader Lord Ethan named me Sentinel I will lead this house My sister asked you to swear loyalty to her son And you did it without flinching We can't let them hurt Ryan too We have to stop them We do not stand alone There are those who will fight for us Those who hold house forrester above all other loyalties Those who will not stop until Ethan is avenged Until Ryan is home again Our house will not fall We will be ready Geil Geil Are you prepared for what might happen The person stayed with brown Bowen Sorry Ah Das ist jetzt Das kannst Das kannst du eigentlich nicht so nehmen wie es ist Also nicht für bare Münze Weil Weil Das Spiel kam vorhin erst raus Wir haben jetzt Also es ist jetzt seit Drei Stunden draußen Ich glaube nicht dass es so viele gezockt haben You and sixty one Person War loyalty to the king You and twenty four point four Person Send Eric to the wall You Ah das sind aber ziemlich wenige Wo ihn verschont haben Und so zur Ding Mauer geschickt haben You and sixty five point five Person Pick Duncan As Sentinel Ja das ist auf jeden Fall klar die Mehrheit You and fifty five point three Person Meet Ramsey at the gate Okay das ist jetzt ziemlich die Hälfte Wo ihn lieber Ein bisschen mehr wie die Hälfte wo ihn lieber Draußen empfangen hat Na dann continue So Ich würd sagen geil war's Also ich find's echt geil Die an die Grafik Muss ich mir noch ein bisschen gewöhnen Also Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig Aber vielleicht ändern sie das ja Aber ansonsten Hammer geiles Spiel Ich liebe es jetzt schon Ihr seht auf jeden Fall auch Episode 2 von mir Und so weiter Also ich mach das Schon noch weiter Wem es gefallen hat Dann Checkt doch mal Facebook Bei Schweinepriester Let's Play Da schreibe ich rein Wenn's was Neues gibt Wenn's weitergeht Oder andere Gaming Infos Oder schaut bei uns Auf der Homepage vorbei Schweinepriester.info Da gibt's auch immer schön was zum Schauen Oder Kommt zu uns ins TeamSpeak Ja Wir sind fast jeden Abend on Ihr habt Fragen oder so Oder wollt einfach nur mit mir zocken Kein Problem ts.schweinepriester.info So Das war's von meiner Seite Ich war Bin immer noch Der Dynamite Von Schweinepriester Und sage Danke fürs Zuschauen Und bis Zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal